Jo, hallo Leute! Ähm, wir sind jetzt hier gerade in Minecraft wieder drin und ich hab wieder ein Tutorial für euch und zwar wie man sich eine XP-Farm baut hier. Hier seht ihr, ganz einfach, ja? Man stellt sich da hin und der Sepp zeigt euch das jetzt, wenn du hier stehst, kannst du XP-Farmen gehen. Kacau! Siehst du das jetzt? Achso, der Sepp macht das grad nochmal. So, und da! Zack, da siehst du förmlich wie die Level hochgehen. Seht ihr das? Ich hab schon Level 48! Ich bin bei Level 21, hier. Und da fliegen die EP einfach in dich rein. Wie man das macht, ganz einfach. Ihr macht da einen Repeater hin, ihr macht da einen Repeater hin, ihr macht hier die Redstone-Verbindungen so. Macht Dispenser, in die Dispenser macht da die XP-Dinger rein. Wo ihr die herkriegt, weiß ich selber auch nicht. Und, äh, ja, ne? So ist das dann fertig. Dann baut ihr euch eine Mauer hier hinten hin, wie, äh, 1900 irgendwas. Und, äh, hier, ne? Und dann leuchten ja auch so schön die Minecraft-Köpfe. Und dann siehst du, wie der Sepp seine XP fahren. Und wenn du dich vor den stellst, kriegt der nix ab. Das ist am besten. Ja, also, wenn noch Fragen sind zu dem Tutorial, könnt ihr einfach den Sepp. Ha, 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 ha. Na, genau. Ha, 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 ha. Weil das voll schwer zu erkennen ist, so. Ja, ja, da, da, da musst du erstmal, ne? Musst du auch erstmal sehen, wie die Redstone-Leitungen hier verlegt wurden und so, ne? Ja, und dann würde ich sagen, war da wieder ein Tutorial von mir. Und, äh, zwar habe ich ab jetzt, ab der Folge, nenne ich mich der schlechteste Tutorial-Mann, den es auf YouTube gibt in Sachen mit Minecraft. Weil ich das supergeil erkläre. Tschüss! Der Titz ist fraut.